Musik Boah, dieser Garten eignet sich echt gut fürs Quidditch-Training. Aber vielleicht sollten wir später lieber Äpfel statt Steine nehmen. Hey, ihr! Hä, hast du das gehört? Ach nee, nicht schon wieder so ein Aufsprecher. Nein, hier unten, ihr Schlammblüter! Fühl ich. Ich brauche eure Hilfe. Schieß los! Voldemort versucht, die Vorherrschaft des Gartens an sich zu reißen. Er hat bereits Dementoren entsandt. Ihr seid die einzigen, die für diesen Auftrag in Frage kommen. Weil wir so mächtig sind? Weil wir so intelligent sind? Nein. Weil wir so gut auf Sehen sind? Äh, nein. Ihr seid einfach übergroße Trampeltiere. Nee, kein Bock, oder? Komm, wir gehen. Ja. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Was ist das? Äh, ein Wurm. Warum bist du eingegraben? Bellatrix braucht gerade ein Wachstumsserum, damit ich auf eure Größe heranwachsen kann. Um damit die Weltherrschaft an mich zu reißen. Hm. Du meinst... Den Garten? Hey, Bellatrix. Ich hab dir noch gar nicht das Zeichen gegeben. Das... Das war nicht das Wachstumsserum. Das war ja der übelste Fiebertraum. Ich hab voll den Sonnenbrand. Wir haben doch locker drei Stunden in der Sonne gelegen. Wir haben ja auch die ganze Zeit mit diesen Figuren hier gespielt. Ja, kein Wunder. Bei diesem Werbevideo. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal von DagiLP. Hallöchen! Ich hab heute die große, große Ehre, euch die neue Kollektion der Harry Potter Schleichfiguren zu zeigen. Und die hat es wirklich in sich. Ich persönlich bin schon seit vielen Jahren ein großer Fan von Schleich, weil sie einfach für absolut hochwertiges Spielzeug stehen. Und in dieser Reihe, ja, machen sie ihrem Ruf wieder alle Ehre. Bereits letztes Jahr 2023 kam die erste Reihe der Harry Potter Schleichfiguren raus. Und jetzt ein Jahr später, im Juni 2024, die zweite Reihe. Und diesmal mit Figuren der dunklen Seite. Wie beispielsweise diesen wundervollen Dementor hier. Auch Voldemort selbst ist wieder mit dabei. Besonders cool ist natürlich auch, dass die Schleichfiguren hier ihre Gliedmaßen bewegen können. Womit natürlich nochmal ein kreativeres Spiel ermöglicht wird. Stupor! Wada Kedavra! Dann natürlich auch Voldemorts treue Anhängerin Bellatrix Lestrange, die ich hier am Start habe. Und was darf natürlich bei Voldemort auf gar keinen Fall fehlen? Ganz genau. Seine wunderschöne Schlange Nagini, die hier auch mit von der Partie ist. Neu mit bei dieser Reihe dabei sind aber auch die verschiedenen Patronis. Hier habe ich zum Beispiel den guten Harry Potter. Natürlich auch mit bewegbaren Haaren. Und der hat natürlich einen Hirsch-Patronus. Ich muss sagen, der ist wirklich mega, mega gut gelungen. Mit diesem transparenten Material hier wirkt das Ganze schon sehr wie ein Patronus. Und davon gibt es auch einige mehr. Neben Harry gibt es nämlich unter anderem auch Hermine mit ihrem Otter-Patronus. Wir haben Professor McDonnell mit ihrem Katzen-Patronus. Und natürlich den ikonischen Severus Snape mit seiner Hirschkuh. Ich muss sagen, auch bei dieser Reihe merkt man wieder die hohe Qualität, die Schleich an den Tag legt. Also schon damals bei den Schleich-Dinosauriern, die ich selber gesammelt habe, hat man das immer gemerkt. Und deswegen war das für mich auch immer die Nummer 1 der Spielzeughersteller. Weil das einfach Spielzeug fürs gesamte Leben ist. Einmal ein Schleich-Objekt gekauft, geht es niemals wieder kaputt. Und man kann sich viele, viele Jahre, vielleicht auch viele, viele Generationen daran erfreuen. Und ich finde, damit hat Schleich einfach ein riesengroßes Alleinstellungsmerkmal. Was andere Spielzeughersteller in der Form definitiv nicht aufweisen. Ich möchte mich einmal ganz, ganz herzlich bei Schleich dafür bedanken, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten darf und die neue Reihe hier für euch vorstellen darf. Mit dem Code Daniel15 kriegt ihr da draußen auch 15% Rabatt. Und zwar über die gesamten nächsten 7 Tage im Weg. Solltet ihr also Interesse haben und euch selber mit Harry Potter Schleichfiguren eindecken wollen, dann macht es gerne mit meinem Code Daniel15. Und dann, wie gesagt, spart ihr nochmal 15% Rabatt. Ich bin jetzt mal weiterspielen, Leute. Tschüss! Oh, jetzt erstmal eine Runde Quidditch! Oh ja, und diesmal mit Äpfeln statt mit Stein. Übrigens, das Schleich-Video, ne? Das erinnert mich so richtig an meine Short-Videos, die ich momentan drehe. Ach, du meinst die da? Was meinst du, da hinten? Da! Guck mal, da! Wo? Da! Guck doch mal, ganz groß! Guck, wo schaust du denn hin? Ich seh da nix. Da! Was war schon wieder in deinem Kürbis-Soft? Ganz groß! Man sieht das doch! What? Da! Ne, sorry. Keine Ahnung.